Hey Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch die Party Popper vom Teddy vorstellen. Und zwar, ich war heute beim Teddy und hab mal so ein bisschen nach Klasse 1 geschaut wieder. Ja und habe mir dann einmal hier so ein Pack mit Party Knaller mitgenommen. Also die haben 1,50 gekostet, ist Klasse 1 und haben glaube 1,1 Gramm NEM, also sehr wenig, wie man es weiß. Okay, dann reden wir nicht so lange rum und jetzt kommen wir zum Test. So, hier habe ich erstmal einen roten und einen grünen. Also die Farben machen jetzt nichts, also die Farben machen halt keinen Unterschied bei der Füllung oder so halt. Ja, also erstmal rausziehen und den Finger wickeln und so, dann sieht man hier, das qualmt hier noch ordentlich. Ja, kann man jetzt sehen. Das war auf jeden Fall der rote, ist auch ein schöner lauter Knall. Ja, dann machen wir den grün jetzt. So sieht er aus, machen wir den grün. So, das ist auch wieder einer, raucht auch wieder hier schön, wie man es gesehen hat und stinkt sehr doll. Ja Leute, das war es dann halt mit meinem Video. Ähm, Kaufempfehlungen, naja, also ist nicht jedermanns Sache, aber kann man sich mal mitnehmen für 1,50 vom Teddy. Ja Leute, das war es dann. Bis bald und Peace.